Weißt du eigentlich, wer Josef Steinberger war? Josef Steinberger war der Sohn eines Bauern, der später Priester wurde. Wegen seiner Herkunft lag ihm das bäuerliche Wohl sehr am Herzen. Genau vor 100 Jahren, 1919, hat Josef Steinberger das Bildungshaus Schloss St. Martin gegründet. Ja, grüß dich, Peter. Schön, dass du im Haus bist. Ich komme. Danke. Was machst du hier? Eine Pinselführung? Nein, meine Enkele. Die du es ausstrahlen. Du hast eine Termin? Ja. Oma, schau. Gleich, Emma. Das ist der Mittelpunkt von dem Schloss hier. Die Linde? Sie hütet alle Begegnungen mit Menschen und die Geheimnisse, die diese Begegnungen hervorgebracht haben. Komm. Riechst du das auf? Sag ich ja. So roch es, als die Ur-Uma den besten Apfelkuchen der Welt gebacken hat. Und genau wie die Köchinnen und Köche hier, hat sie aus dem St. Martiner Kochbuch alles nachgekocht. Sie hütet alle Begegnungen mit Menschen und die Geheimnisse, die diese Begegnungen hervorgehen. So, ich möchte dir jetzt die Direktorin vorstellen. Anna Thaler, freut mich Emma. Hallo. Du hast die Dias mitgebracht. Ich habe sie gerade mit der Emma vorbereitet. Dann schauen wir es uns gleich an. Mach mal jetzt eine kleine Pause. Ja. Hast du gewusst, dass das Schloss St. Martin vor tausend Jahren das erste Mal in Schriften erwähnt wurde? Also fast so alt wie ich. Nach der Gründung des Bildungshauses fanden erste Kurse über zeitgemäße Hygiene, Ernährung und Kinderpflege für junge Bäuerinnen statt. Von St. Martin aus wurden im ganzen Land Fachschulen gegründet. 13 davon gibt es noch heute. Aber auch das Schloss St. Martin blieb nicht von dem dunklen Kapitel des Krieges verschont. Die Nazis hielten ihre Schulungen ab, bevor es 1945 zerstört wurde. Nach dem Krieg begann gleich der Wiederaufbau von all dem, was du hier siehst. In einem Moment der Liebe und des Zitterns. Als Schüler war das Risiko bei der englischen Prüfung. Sätze in meiner Händinenfläche zu schreiben und kleine Papiere in meinem Hemdärmel zu verstecken. Die Gefahr vom Lehrer erwischt zu werden, vom Direktor fünf Schlagstädter auf die Hand zu bekommen und des Durchfallens in Indisch. Ich danke für deinen schönen Raum. Danke auch von meiner Seite. Alles Gute. Prost. Das war's. Das war's. Ich bin gleich wieder da. Aber ich mache nur einen kurzen Blick nach der Emma. Das war's. Das war's. Musik 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 Musik